so dass sie immer wieder zurück ja nun als die Sitzende der Volksmannsbekommen hat in der Zwischenzeit von Spooky House of Jobs Gers jungen ist das gut das direkt raus ja ich bin in der letzten Folge gestorben Christoph ist dran weil wir uns von 5 Minuten gemacht haben da ist von nicht mal für die Masse ist eigentlich nicht gelohnt hat nochmal in der Sendung die selben Bäume zu zeigen denn wir haben uns wieder dann hebt ihr den auf für den typen wir werden das also ich muss definitiv picken schneidest du dann die folgen wo halt doch das ist blöd haben wir schon gelesen haben wir schon gelesen ja genau wir fangen jetzt bei 53 schon mal an boah scheiße die räume ich finde es schlimmer als die eng weil ganz ehrlich bestimmt oder kommt doch das sind türen und das auch toll so kalt bist du kalt da haben wir schon nach dem wilde keller auch so christoph durfte glaube ich gleich mit dem mit dem ich glaube 70 das geile ist verpisst er sich wieder oder 15 räume oh scheiße das war der raum nicht drüber ja wir haben ja schon gelesen das tolle gedicht ihr tauschen war lauf jungen das muss ich sonst alles bittchen ob jetzt auch diese diese plastik kommt das wenn man frag mich welchen weg ich gehen muss ob wir dann auch hinterher kommen das geile ist als man gekattet wir müssen irgendwann mit facecam spielen ne fokusset lauf weiss ich mal ob er dahinter der ist ist nur scheiße egal er folgt er dich gar nicht das ist ja auch zufällsbänder ja ja den weg weiter 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 jetzt ja ja da kommt lauf ich nicht laufen bist du hängst fest du hängst an den ecken fest du musst direkt durch die ecken laufen weißt du muss man mit dem auf der tastatur noch weg spielen einfach weiter laufen beste idee ever das war jetzt mario sound ich weiß nicht was was macht irgendwas mit dem pc ist was das jetzt Keine Ahnung. Äh. Ah, Geisterarten. Cool. Weil geil. Das Geile ist, hast du den seine Spezialfähigkeit gesehen? Das ist das Film. Lass mal drüber lesen. Äh, Typ. Äh, Typ. Das ist ein Aktiv. Also der von folgendem. Physische Schaden. 107. Oder physische. Physische. Das ist wie von den Bildern, oder? Ne. Ähm. Oh, das ist ja nicht so. Ich frage mich, ob das jetzt hier Sindo entsteht, wenn wir dann aufhören. Das werden wir ja sehen. Ach, dann muss ich doch mal rum. Warte mal. Die kennen wir noch gar nicht. Lass mal nicht spoilern. Lass mal nicht spoilern. Gut, ein Spoiler. Das ist okay. Okay, das ist okay. Ah, okay. Das heißt, wir müssen direkt wieder... Äh, was ist das hier? Oh, die Fight. Guck mal. Da. Arrow. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut zu wissen. Du bist dran. Ja, wir wechseln jetzt. Wir machen jetzt ohne Cuts einfach mal. Weil jetzt ist halt unschrecklich. Ja, und das ist so lang. Eben, das ist... Ja, okay. Ähm. Du musst jetzt rechts gehen? Ja, ja, ich weiß. Ich kann ihn weg. Ich bin noch nicht links. Es ist egal. Das ist so wichtig. Ja, hast mich. Boah, das ist... Ich freu mich auch, der noch hinter uns ist. Ich will da nicht nachgucken. Guck mal nach. Ich sehe nichts. Kann weiter laufen. Bestimmt folgt der auch einen Weg dann. Wenn er uns verloren hat, dass man das... Na, tolle Wurst. Ich glaube das ist weg. Ja. Also ich glaube, wenn man dann so Doppelgänger hat, dann muss der sich selber entscheiden nicht. Der wird auch... Ich denke mal, da wird wie das Alien KI gesteuert, oder? Kann sein. Muss aber nicht. Bis was muss ich willst? Bis 100, ne? Ja. Ja. Geh Ich freue mich. Ich kann es so wieder langsamer. 1. Von in kı. Was Semper schworfen mehr und an dem Buch oder steht es in der Tür um 80 jahre ich bin mal zu tun es geht das Spiel erinnert mich übel an das Spiel ab die Rindfasszieren das ist das Sitzende der Mutter hat auch welche Wege jetzt wurde es gut damit er hätte auch welche Wege gehen und die Zeit noch ein Monster da drinnen wie vor sind auch nicht sind so auf ist die Noten in der Tat und das heißt auch mit der Trennung als er ist sie mein Mainz zu meister kommen zu meinen Gegnern im Kreis ob das heißt sei es auch schon ein ziemlich gut auch im Kreis aber ich der dritte die dann die noch Koppel liegen könntest hier wird das kein ist ich bin auch gerne den PC ankommen den du hattest ich habe einfach mal was gemacht ich wollte wahrscheinlich dass du den dies alles Prozent dieser Art Spindler er sind schon angeguckt an ja ja da wollen ja auch oder was ist es immer gezeigt gleich noch das Geile ist wir müssen noch tausend tausend müssen ja machen sie kaufen irgendwie ich finde auch geht die beiden Teil kommen nicht mehr diese blauen Teilgebungen und ich heiße mit Blöckenschen und die Richtung das war auch schon vorhanden auf uns Kempel ist das hat man Volker aber dann gefällt mir auch und gibt es hier so jetzt noch vier Räume Lukas und dann kommt das vier aber wahrscheinlich mehr auf die Glocken Namen für das Ziel sind nicht mittels Nisch die Anrufen ein Schöpfen okay ich glaube das der Traum für dich und die Mauer lang ich könnte mal Savepoint kommen jawoll sooo wir sind in der nächsten Folge wieder, weil das war's jetzt nicht, du bist dann wieder dran ne? Boah, ich hab' nur Träume wollen wir erstmal cuten, äh schneiden? lasst uns noch ne voll aufnehmen dann sind wir gleich wieder bis gleich oder bis in der nächsten Folge Tschüssi